Moin Leute, herzlich willkommen auf Perfect Game und heute zeigen wir euch, wie ihr in Fortnite jede Runde gewinnen könnt. Für diesen Trick braucht ihr ca. 1500 Materialien. Habt ihr ca. 1500 Materialien gesammelt, könnt ihr warten, bis die Zone zu euch kommt. Für diesen Trick empfehlenswert wäre es, wenn ihr euch an der Zone hochbaut, dass im Nachhinein euer Anfangsweg, also wo ihr angefangen habt zu bauen, dass der nachher in der Zone verschwindet. Baut am besten am Anfang zwei Wege, falls der eine abschlossen wird, dass er noch mit dem anderen zusammenhält. Und jetzt heißt es, schön an der Zone hochbauen. Seid ihr oben angelangt, müsst ihr einfach nur warten, dass die Zone kommt und ihr müsst euch mit der Zone weiterbauen. Nun heißt es wieder, warten bis die nächste Zone kommt, damit es nicht zu auffällig ist, dass eine Plattform am Himmel ist. Und nun ist es unmöglich, dem Thanos euch hier oben zu holen, da er mit seinem Strahlen nicht hier hochkommt. Dadurch habt ihr die Runde gewonnen. Und dann gehen weiter. Tschüssi Gru Vielen Dank.